Besser spät als nie, starten wir noch mit dem Vlog Nummer 1119, beziehungsweise in dem Fall jetzt gerade mit der Ankündigung dazu. Denn ich habe es mal wieder geschafft, ich bin beim Themenzettler eingeschlafen, aber keine Sorge, der Themenzettel hat es trotzdem noch geschafft. War wieder wach, bevor es dann doch ein bisschen zu früh am Morgen war, um noch eine Kernsendezeit zu erwischen. Denn im Prinzip haben wir es jetzt 0.27 Uhr, in ungefähr 10 Minuten wollen wir dann damit starten. Und das ist ja unsere ursprüngliche Kernsendezeit gewesen. Habe also nicht verschlafen, wir fangen nur ungefähr eine halbe Stunde später an als Mitternacht. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit und Lust. Falls nicht, schlaft alle schon mal gut. Falls doch, sehen wir uns jetzt gleich auf dem Reisekanal. Ist natürlich verlinkt bei YouTube unten in der Infobox und bei Twitter oben in der Videobeschreibung. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themen. Wir gucken mal, dass wir jetzt nicht ganz so ewig lange, ewig lange noch am Quatschen sind. Aber so ein klein wenig Nachricht muss auch am Sonntag sein. Und deswegen sehen wir uns gleich oder auch nicht. Wer nicht mehr dabei ist, rutscht gut in die neue Woche. Allen anderen bis gleich.